moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine neue taktik zeigen wie ihr die social distancing visitenkarte bekommen könnt bei der jetzt 20 runden überleben ist ohne einen schaden zu kassieren so was ihr dafür braucht ist erst mal den etaschleier leute und ihr müsst so lange bis der etaschleier voll ist erst mal so überleben ich würde euch empfehlen nimmt eine hauer mit oder eine gallo weil dann schafft ihr die erste runde easy ohne einen schaden zu bekommen so wenn ihr dann euren etaschleier nun voll habt müsst ihr auf die andere seite zum helipad dann kauft ihr hier rechts die tür auf richtung kommando zentrale kauft auch diese blaue tür hier auf dann bewegt euch richtung jagger so leute denn rechts neben dem jagger an der wand ist ein feiler ihr stellt euch vor dem feiler hin so wie ich und aktiviert einfach euren etaschleier und seid jetzt hinter dieser barriere so leute das war's jetzt eigentlich mit dem glitch jetzt braucht ihr nur noch einen kumpel der euch dabei hilft und zwar muss der kumpel dann für euch bis zur runde 20 spielen und ihr wartet dann einfach hier ohne einen schaden zu kassieren das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten mal